Facebook, Privatsphäre, Einstellungen, eine Triologie. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INMAG und Sie schauen Website-Marketing.ca. Vor einem Jahr habe ich das schon gemacht, dass ich aufgezeigt habe, wo man diese Privatsphäre-Einstellungen vornimmt. Ein ganz heikles Thema, auch immer mehr Kritik darum entsteht. Darum habe ich das in drei Videos zusammen gemacht. Es geht unter anderem um die Verbindungen, es geht um Markierungen, es geht um Anwendungen. Ein ganz wesentlicher Punkt natürlich auch, dann geht es um ältere Beiträge und zu guter Letzt um die Blockierungen. Im ersten Video geht es um die Verbindungen, da geht es beispielsweise darum, wer mich überhaupt sieht, wer mich einladen darf beispielsweise als Freund und wer mir direkt Nachrichten über Facebook schicken kann. Also der erste Teil sozusagen die Beziehungen oder eben die Verbindungen auf Facebook. Dann im zweiten Teil, auch ein sehr wesentlicher Teil, da geht es um die Markierungen. Besonders gefährlich ist es, wenn ich an einer Party bin, an der ich mich vielleicht nicht so aufführe, wie das unbedingt angebracht wäre. Dann möchte ich natürlich nicht, dass diese Bilder nachher mit meinem Namen getaggt auf Facebook erscheinen und das alle meine Freunde sehen. Um den Punkt geht es im zweiten Video hier nebendran. Dann im dritten Video geht es unter anderem um die Anwendungen. Die Anwendungen, das sind Games und so weiter, die können auch verschiedenste Informationen von mir zugreifen. Wenn ich das nicht tipptopp einschränke, dann gebe ich hier sehr, sehr viel Preis von meiner Beziehung beziehungsweise von meinem Profil. Also gut, einschränken, das habe ich jedenfalls gemacht. Dann geht es um ältere Beiträge, auch hier, früher hat man noch öffentlich gepostet. Das kann man abstellen, würde ich auf jeden Fall auch machen. Sieht man auch im dritten Video und zu guter Letzt noch blockieren von beispielsweise Nutzern oder eben Leute, die mir Anwendungseinladungen schicken oder Einladungen zu Events. Es gibt solche, die lassen hier täglich fast oder mindestens wöchentlich solche Einladungen raus. Das kann ich unterdrücken, das kann ich blockieren. Das sind also die Privatsphäre-Einstellungen auf Facebook. Die drei Videos, schauen Sie sich die an. Wählen Sie nun einen der drei aus. Lassen Sie sich beraten und nehmen Sie Ihre Einstellungen vor. Mein Name, Philipp Sauber, ich bin von der Ienemage und Sie haben Website-Marketing.ca geschaut. Und jetzt wäre es an Ihnen, einen der drei Videos auszuwählen. Ich warte noch einen kurzen Augenblick. Jetzt müssen Sie eigentlich geklickt haben. Verbindungen, Markierungen, Anwendung, alte Beiträge und wie blockiere ich. Da ist alles in den Videos drin, wählen Sie bitte ein Video aus. Ja, spätestens jetzt müssen Sie geklickt haben. Klicken Sie auf diese Felder drauf. Dann kommen Sie auf andere Videos. Die Videos, die Sie diese Inhalte aufzeigen. Klicken bitte auf die Flächen drauf. Sie bleiben auf YouTube. Es gibt keine Werbung in diesen Videos drin. Rein informativ. Jetzt müssen Sie eigentlich geklickt haben. Ich warte noch einen kleinen Augenblick. Jetzt bitte klicken. Gut, dann bedanke ich mich und würde mich in dem Moment verabschieden. Jetzt klicken Sie auf die Flächen. Ich bin immer noch hier. Das Ding läuft jetzt dann gerade fünf Minuten. Dann bin ich weg. Zwei, eins. Da.